So, seid herzlich willkommen in Bayern und viel Spaß! Danke sehr! Ganz herzlich willkommen bei der Jungen Union Deutschlands! Ich freue mich auf eine gute weitere Zusammenarbeit zwischen der Jungen ÖVP und der Jungen Union. Alles Gute! Es ist egal, ob dein Vater studiert hat oder deine Mutter Hausfrau ist. Wichtig ist in Deutschland, was du willst, was du erreichen möchtest. Und wenn du hart dafür arbeitest, dann kannst du es schaffen, liebe Freunde! Das muss die Botschaft der Jungen Union sein in dieser Zeit, liebe Freunde! Schauen Sie mal! Leider leben ja nicht alle in Bayern! Ja! Dass wir Europäer endlich lernen müssen, dass wir mit dem Geld, das wir vom Steuerzahler bekommen, das wir öffentliche Haushalte über Steuern einnehmen, dass wir mit diesem Geld endlich auskommen und Schluss machen mit immer mehr Schulden auf diesem Kontinent! Applaus Applaus Das ist eine tolle junge Union, die geht in eine sehr, sehr gute Zukunft mit einer neuen Mannschaft. Und ich freue mich auf die intensive Zusammenarbeit mit euch, liebe Freunde! Applaus Das ist eine tolle junge Union, die geht in Hamburg! Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf Hamburg! Applaus Das ist eine tolle junge Beim